Hallo Girls and Boys, Ladies and Gentlemen, Grüß euch alle miteinander und herzlich willkommen zu Na diesmal damit nicht grillen, gibt es keine neue Folge, sondern ich möchte mich einmal bei euch bedanken. Mittlerweile hat mein Kanal 500 Abonnenten. Wahnsinn! Hätte ich nie geglaubt, es wäre ja das Jahresziel gewesen. Mittlerweile wird es schon nach 8 Monaten erreicht. Herzlichen Dank nochmal für eure Unterstützung für die Kommentare. 24.000 Klicks habe ich mittlerweile auch. Also wirklich ein Wahnsinn. Ganz besonders bedanken möchte mich bei meiner Kamerafrau, bei meiner Frau Karin, die was hinter dem Linzerl steht und das Linzerl bedingt. Und natürlich gibt es für mich auch was zum Gewinnen. Und zwar dieses Buch, Meister am Grill, für Gas, Holzkohle und Smoker von vier Grill-Weltmeistern, Rudolf Jäger, Adi Matzek, das ist der Österreicher, Dead Reader und Andreas Rummel. Also wer dieses Buch gewinnen möchte, schreibt mir einfach einen Kommentar ihm. Bis 30. April und der Gewinner wird dann bei der Folge am 2. Mai gezogen. Also bis 30. April, schreibt mir einen Kommentar, wie er es gewinnen möchte und am 2. Mai nach der Folge wird dann gezogen. Ich wünsche euch nur noch einen schönen Tag noch und tschüss Papa und pfiat euch! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Binge it bien! Bis zum nächsten Mal!